Hallo Leute, willkommen zurück bei Clash of Clans. Wir wurden gerade heftig weggemördert von Bibi und zwar ist das eine Racheaktion gewesen. Wir haben sie vor sieben Stunden angegriffen, haben ihr ein Kadunkles gezogen und jetzt wollte ich unsere Rache starten, aber Vergeltung nicht verfügbar, weil Bibi uns angegriffen hat, beziehungsweise ihre Rache durchgezogen hat und das noch relativ erfolgreich, muss man sagen. Mal gucken, was sie hier getan hat. Über 100k Elix hat sie sich gezogen. Ach, von da kommt alles klar. Ah, Mann, 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 Mann. Da zieht sie sich natürlich hier schön, unser Elixier mit einer Level 4 Queen. Hm, ist ja nicht so geil und trotzdem erfolgreich. Und da oben noch, Mann, unsere Abwehr ist ja ultra schlecht. Ich wusste gar nicht, wie leicht man an die Sachen bei uns rankommt. 140k, ich würde sagen, bei dem Einsatz, Bogis und nur ein paar Riesen kosten nix, hat die uns richtig weggeknallt. Ja, kein Problem, gern geschehen, Bibi. Wir müssen uns dann gleich einen anderen suchen, aber, naja, kann man nix machen, ne? Nehmen und geben, das ist die Devise bei Clash of Clans. Bis gleich, Leute.